So, ragazzi, das allererste mal COD Warzone mit Elena und Arniesto. Let's go. Let's go. Boah, das geht aber fix. So, ciao ragazzi, wir versuchen nochmal Battle Royale hier. Twitch-Spin, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt. Es waren doch gerade 150, willst du mich verarschen? Direkt box durch den Bildschirm. Jetzt gehen auch alle wieder weg, ich gehe auch wieder raus. Ey, das kann, ey, das will ohne Scheiß, das, wenn die direkt, ja, jetzt, 150, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Die erste Oluwason, ragazzi. Was, was ist hier los? Wohin, 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 wo seid ihr? Digga, hier sind ja eine Million Spieler, wo seid ihr? Ja, wir müssen... Ich bin hier in so einem Haus, ich bin hier in so einem Haus. Schiri, schiri, schiri. Oh, ich hab schon eine Waffe. Also, es hat doch noch gar nicht angefangen. Wie, hat nicht angefangen? Er redet trotzdem nicht, das ist eine Lobby gerade. Ach so, egal, ich schieße trotzdem schon auf ihn. Ach, es hat noch gar nicht angefangen? Oh, bester Hund, diese Katze, ich bin tot. Ach, das ist nur die Lobby. Ich dachte, jetzt geht sie direkt los, Alter. Mein Gott, ich hab's dir doch gerade gesagt, das ist nur die Lobby. Alter, ist die Lobby geil. Äh, wieso kommt man denn nicht früher in eine Lobby, dass man jetzt hier noch warten muss? Oh, oh. Aber ich muss gleich auf jeden Fall nochmal das Game starten. Ey, drückt nicht Steuerung, wenn ihr im Fallschirm seid. Ja, ich mein, okay, Lobby ist ja jetzt schön und gut, ne, aber können wir jetzt mal irgendwie hier in eine ordentliche Rolle gehen? Eine Ewigkeit später. Startet, 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 startet. Also, die Lobby ist schon richtig geil. Also, ich würd mir nur die Vollversion kaufen wegen der Lobby. Alter, ist das der Flieger von Expendables oder was? Ja, ich hab keinen Schimmer, Mann. Vettel Royale. Wo wollen wir jetzt schon die Zone? Wo wollen wir hin? Ähm, das war die V-Station, oder? Wo ist das? Oder da? Mit Vergnügen. Alter, hier fliegen sie schon mal alle raus. Hallo? Ja, ich hör dich, du bist ein bisschen abgehackt, glaub ich. Warte mal, wenn ich springe, springen alle? Kann das sein? Nein. Weil ich Truppführer bin? Ich springe raus, ich springe raus. Ich hab Kacke gebaut. Oh, man hat schon mal eine Pistole direkt am Anfang. Zwei Panzerplatten und keine Cash in Cash. Leertaste, Leertaste. Oh, hier seh ich schon mal eine Möwe, Schiri. Machen. Möppen. Ah, es ist abgehackt. Guck mal, wie ich fliege. Guck mal, wie ich fliege. Wo bist du? Ich bin immer noch über... Ich hab leider verkackt. Guck. Ich bin hier schon mal irgendwo im Gebäude. Ich geh... Und... Ich würde da hin gehen. Ich hab einen Auftrag gestartet. Ja. Bruder, was ist hier los? Oh, ja, hier oben ist Plündern. Ich werd das mal eben machen. Okay, ihr habt zwei Primärslots, ne? Zwei Primärslots. Ich hab jetzt... Wer ist das? Ach, Dicke. Ist hier Friendly Fire? Schieß mal auf'm Bein. Schieß mal... Ist nicht, ne? Ne, kein... So, Gott sei Dank, Alter. Achso, kann man nicht auf... Ja, da kannst du... Ich hab zwei Shotguns nur, ne? Das ist... Ich hab irgendeinen Auftrag... Warte mal, wie... Wie checke ich meine Aufträge? Ich bin gerade... Ich bin gerade bei dem... Bei der... Bei dem Auftrag. Ich versuch das gerade zu machen für uns. Lass drüber zu ihr laufen. Da sind Gehtner hinten, hab ich... Hap. Aha. Wir müssen jetzt noch den nächsten Auftrag holen. Der hat man hier... So, ich hab ne Granate. Wo seh... Wo seh ich, was für Zeug ich hab, Alter? Wo seh ich denn jetzt, was für ne Granate das ist? Muss ich das wissen? Ihr seht doch auf dem... Ey, irgendwer kämpft da schon. Ah, ist hinter dir auf der Straße. Ich komm nicht raus, Alter. Ach, hier sind vier. Ja gut, ich hab zwei... Junge, schütz mich mal, bitte. Ich hab... Ja, komm mal aus dem Fenster, bitte. Bei der. Ja. Uh, ich bin... Ich bin ausgenockt. Och, Digga. Das fängt ja schon gut an hier, Alter. Boah, der hat mich gerade. Ey, der hat mich gerade. Ey. Ich lieg hier rum. Ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht kommt... Halt, der hat zwei Schrotdinger, Alter. Zwei Flinten. Ey, ich lieg hier noch, ne? Ich bin kurz vor Tod. Ja, ey, Moment, Moment, Moment. Ne, ich schaff dir nicht mehr, egal. Scheiß auf mich. Ja. Wo schießt er? Der ist auf den... Der ist auf den Container hin. Komm rüber. Was ist hier denn los? Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin im Knast. Alter, ich kann hier raus? Alter, ich bin in so einem Knast. Bist du auch im Knast? Ich muss gegen irgendjemanden boxen. Ja, ihr boxst gegen irgendwen. Anis, bleib mal stehen. Spring mal. Ich will meine Waffe wieder haben. Lull. Alter, jetzt ist so ein Eins... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo der ist. Der ist ganz hinten. Ganz hinten, ganz hinten, rechts ist er. Der ist schwisch. Der ist noch drüben. Der ist noch drüben. In der Mitte ist er. Ach, du siehst ihn? Ich hab ihn. Und du siehst ihn von der Oma, Alter. Wie geil ist das denn? Ich bin nächster. Ich bin nicht. Alter, warte, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin über euch. Du bist unter... Ja, du bist über mir. Alter, wie witzig ist das denn? Alter. Das ist ja geil. Ich hab's auch geschafft. Wo seid ihr? Ja, ich bin direkt bei Elena. Ich spawn direkt bei Elena. Ich bin direkt bei Elena. Okay. Ey, okay. Das... Das... Props. Das ist witzig. Wenn man stirbt, dass man noch eine Chance hat. Ich muss auf jeden Fall... Ja, du musst halt gegen die kämpfen wohl. Ja, ja. Ich hab grad eins gegen eins. Und Anis hat mir erst mal gesagt, wo der ist. Weil der quasi zugeguckt hat. So, wir haben jetzt ein paar Aufgaben. Gönnt euch die Maske. Ich hab jetzt den Auftrag abgeschlossen. Ja, ja. Ich hab, glaub ich, irgendwas... Wo bist du denn? Ich bin hinter... Ich hab, glaub ich... Da ist ein Geg... Da ist ein Geg... Da ist ein Geg... Irgendwo. Bin dahin unterwegs. Da an der Straße. Uh. Hä? Komm jetzt recht lang gelaufen. Da. Wir sind im Kreis. Ah, mit Doppel... Mit Doppelalt könnt ihr markieren. Ja, ja. Da hinten. Ey, ach, da hinten. Was ist das denn hier? Todesstimme? Oh, das schafft... Ja, die Scheiße. Vorsicht, ne? Alter. Der geht nicht auf uns auf. Gebt mir Muni. Okay, gut. Ich hab nur 26 Schuss. Ich hab halt ein Grafikproblem aktuell. Und deswegen seh ich die so schlecht. Alter. Alter, das... Hier könnt ihr... Hier könnt ihr euch auffüllen. Wo auffüllen? Was? Hier zum Beispiel. Ja. Ach, auf vier tut man hier. Digga, wir sind drin, ne? Oh, Arne ist kämpft. Ich komme. Hab einen. Wo? Geh direkt hinter die Kiste links. Beide, beide, beide. Ja, ja, ja. Ich hol ihn, ich hol ihn, ich hol ihn. Okay, ich hol ihn nicht. Gut gekämpft, gut gekämpft. Was ist das? Schrottlinden, Muni? Alter, was hat er denn hier? Digga, das geht ja schon richtig ab, Alter. Hast du genug Panzerplatten? Du musst dir Panzerplatten irgendwo herholen, Digga. Warte mal, welche Waffe zieht ihr das Spiel heute? Vor mir ist einer. Ich hab ihn. Hast du ihn, okay, weil ich gucke hier gerade nach... Aber wie, Alter? Schön mit dem Raketenwerfer wegrasiert, Alter, nur du. Ihr müsst euch auffüllen, ne? Lass einfach in die Zone, Leute. Ich hab schon drei Kills. Ich fühl mich wie der Bar. Ich hab auch drei Kills. Wo gibt's meine Kills denn? Oben rechts. Ich hab auch drei Kills. Ja, nice. Lass das schon mal richtig gut. Neue Kills für uns. Easy. Gibt's das Game eigentlich auch in schwer, Ragazzi? Kommt, da wird geballert. Kreis verängstigt. Wie lange haben wir Zeit? Geh rein. Ja, ich werd auch beschossen. Ja, ich seh ihn. Lauf weiter, lauf weiter, Diggi. Ja, ich kann ihn nicht ansehen, es ist so weit weg. Komm. Ja, ja, ich... Du hast nun zwei Dings verloren. Was hab ich... Alter, der... Wie k***er. Wo, 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 wo? Markieren mit alt. Doppelklick alt. Oh, ich bin tot. Wie hat er mich so schnell geholt? Kein Schutz. Oh, ich bin auch tot. Markiere einen Eichnickspunkt für dein Team. Du führst sie an. Bist du in Gulag? Bin getroffen! Wo ist der? Hat sich einer versteckt, ey. Ich bin auch down. Der Ficker, Junge! Oh, ich muss jetzt boxen, oder was? Boxt um. Nein, nein, nein. Du musst gleich unten. Schau mal unten. Das ist die Gulag-Klage. Weißt du noch? Okay, komm schon. Elena, Elena, Elena. Vorher hat mal Elena ein bisschen an den Chat. Los! Elena, Elena. So, jetzt musst du quasi eins gegen eins. Links, links, links. Siehst du den Schatten? Genau da. Den komm, den kriegst du, den kriegst du. Gegen McLovin. Oh nein, schade. McLovin hat dich wegrasiert. Wir sind Platzierung 27, ey. Aber geht doch. Ey, macht schon Bock. Es macht schon Bock. Dass wir in der Nacht auch noch im Knast sind. McLovin ist wieder drin. Und jetzt? Was müssen wir machen? Wie komme ich hier raus? Ich will die nicht. Jetzt haben wir 12.000 habe ich jetzt an EP bekommen. Ich auch. Einfach Spiel verlassen, oder was? Spiel verlassen, möchte ich nicht. Ja, ich habe Spiel verlassen gemacht. Ich auch. Okay, Spiel verlassen. Bis zum nächsten Mal.